Hier spricht die amerikanische Drogenbehörde. Wir fordern Sie auf, sofort zu landen. Alles klar, Jungs. Wir landen. Was macht ihr? Mein Name ist Barry Seal. Hier, für den Schaden. Für deine Schwester. Hey, Kleine. Und für dein Rat. Und das meiste von der Scheiße ist wirklich passiert. Ihr habt mich nicht gesehen. Beste der Civil Air Patrol? Ein Pilot wie Sie sollte keine Busse fliegen. Willkommen in Miami. Willkommen in Bakersfield. Haben Sie nie nach Höherem gestrebt, Barry? Sie sollten Ihrem Land dienen. Sie sind von der CIA? Wir brauchen Sie als Transporteur. Und das ist legal? Wenn man es für die Guten macht. Barry Seal ist ein gottverdammtes Genie. Du bist Verkehrspilot, Barry. Damit ernährst du unsere Familie. Das wird super für uns. Und ist das legal? Vertraust du mir? Nein. Wir erweitern unsere Aktivitäten, Barry. Roscoe hat das im Garten ausgebuddelt. Und jetzt fliegt überall Geld rum. Ich werde es morgen einsammeln. ATF, Waffen fallen lassen! Waffen, Drogen, Geldwäsche. Wisst ihr, dass von allen Autos der Caddy den größten Kofferraum hat? Und weil ihr so nett seid, schenke ich jedem von euch einen. Sagt Bescheid, dass ich jetzt gehe. Und keiner von euch wird mich daran hindern können. Er ist frei, er kann gehen. Hey, hey, Moment mal. Ich hätte mich für den Caddy entschieden. Ich habe für die CIA gearbeitet, die Drogenbehörde und Pablo Escobar. 1500 Kilos. Das sind 50. 1500 Kilo, Barry. In einer Tour. Krieg ist verflucht nach Berlin. Er schießt die Gringos. Er schießt die Gringos.